Wir befinden uns im Freien und versuchen die Position zu finden, in der das Signal am stärksten ist. Alle vier LEDs der Signalstärke sind eingeschaltet und zeigen ein sehr starkes Abwärtsstreckensignal an. Die orangefarbene LED leuchtet jedoch ebenfalls, was auf ein Problem hinweist. Es ist LED 1, was bedeutet, dass wir die Abwärtsstrecke überlasten. Das kommt daher, dass wir uns zu nah am Sendemast des Mobiltelefonbetreibers befinden. Das Problem wird behoben, indem der Verstärker leicht nach links oder rechts gedreht wird, bis die orangefarbene LED erlischt und nur noch die drei Signalstärke LEDs leuchten. In diesem Fall leuchtet eine orangefarbene LED auf. Es ist LED 2, die ein Problem bei der Aufwärtsstrecke anzeigt. Das kann nur dann vorkommen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon benutzen, sodass die orangefarbene LED-Lampe flackert. Dieses Problem wird durch die Verwendung eines zu kurzen Kabels verursacht. Verwenden Sie immer ein RG58-Kabel, das zwischen 15 und 25 Meter lang ist, oder ein RG13-Kabel, das 25 bis 50 Meter lang ist. Wir hatten ein 10 Meter langes Kabel verwendet. Wir haben jetzt das Kabel gegen ein 20 Meter langes ausgetauscht und die orangefarbene LED ist erloschen, was bedeutet, dass alles wieder in Ordnung ist. In diesem Fall leuchten ein oder zwei orangefarbene LEDs auf und flackern eventuell. Wenn Sie den Verstärker leicht nach links oder rechts drehen, werden alle LEDs wiederholt aufflackern. Das zeigt an, dass eine Rückkopplungsschleife zwischen der Innenraumantenne und dem Verstärker entstanden ist. Die Ursache dafür ist, dass die Innenraumantenne zu nahe an den Verstärker gebracht wurde. Das Problem wird behoben, indem der Verstärker und die Innenraumantenne weiter voneinander entfernt aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie dafür ein mindestens 15 Meter langes RG58-Kabel verwenden. In einer Situation, bei der alles korrekt aussieht, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsstrecke in Ordnung sind und es eine gute Signalstärke der Abwärtsstrecke gibt, dennoch aber im Innenraum noch keine Verbesserung auftritt, müssen zwei Dinge überprüft werden. Bitten Sie jemanden, das 3G-Netzwerk nahe der Innenraumantenne anzuschließen, während Sie die LEDs auf dem Verstärker beobachten. Vergewissern Sie sich, ob die orangefarbene LED der Aufwärtsstrecke in keinem Stadium flackert. Das ist LED 2. Wenn sie flackert, ist die Lösung des Problems ein längeres Kabel. Ein weiteres mögliches Problem könnte sein, dass sich Masten von zwei Betreibern in dem Betrieb befinden und der Verstärker auf den falschen Sendemast gerichtet ist. Das Problem wird behoben, indem der Verstärker gedreht wird, bis Sie einen weiteren Signalspitzenwert erhalten. Wenn dieser Mast der des Betreibers Ihres Mobiltelefons ist, erhalten Sie eine ausgezeichnete Innenraumreichweite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017